Egal ob du selbstständig bist, Unternehmer bist, im Vertrieb tätig oder einfach nur in deinem Leben besser durchkommen und vorankommen willst, brauchst du Kommunikation. Und da biete ich dir heute die wichtigste Kommunikationsregel, die es meines Erachtens in der Kommunikation gibt. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Ich bin auch seit vielen Jahren Präsident des Berliner Rhetorik-Clubs, Berliner Rhetorik-Meister. Und wir lernen dort natürlich das Sprechen, wir lernen das Reden, aber noch viel wichtiger ist das richtige Zuhören verbunden mit dem richtigen Sprechen. Und da habe ich heute eine spannende Technik mitgebracht. Du kommst zur Arbeit, du triffst dort einen Kollegen und der fragt dich, wie es dir geht. Und während du überlegst, was du sagst und anfängst zu formulieren, fängt er an zu erzählen, wie es ihm geht. Nun, was ist gerade in diesem Beispiel passiert? In dem Beispiel hast du A, eine andere Person B getroffen und diese Person hat dir eine Frage gestellt. Und du bist davon ausgegangen, dass diese Frage ehrlich gemeint war und du wolltest gerade die Antwort liefern. Aber während du die Antwort konstruiert hast und beginnen wolltest zu sprechen, hat dieser Mensch die nächste Aussage getroffen. Und damit hat er etwas bewiesen. Er hat mich bewiesen, dass sein Interesse an dir als Person, wie es dir wirklich gerade geht, dass dieses Interesse nicht vorhanden ist. Er hat bewiesen, dass er die Frage auch nicht gestellt hat, weil er es ehrlich meinte. Also hat er es unehrlich gemeint. Er hat vielleicht sogar gelogen, indem er dieses Interessen vorgespielt hat, wie es dir heute geht. Letztendlich hat diese Person nur gezeigt, dass er interessiert ist, mitzuteilen, sich selbst mitzuteilen, dir zu erzählen, wie es ihm gerade geht, welche Niederlagen er gerade erlebt hat oder welche Erfolge er hat. Nun, und wenn du das erlebst, vielleicht mehrmals am Tag und mehrmals in der Woche, mehrmals im Jahr von dieser Person, dann frage ich dich, wie sortierst du diese Person ein? Ist die sympathisch? Ist die angenehm? Würdest du gerne mit der Person weiter zusammenarbeiten? Wenn die sich selbstständig machst, hättest du Lust, bei der Kundin zu werden? Es ist eine Person, wo du sagst, wenn das eine Fügungskraft ist, dann möchte ich gerne in einem Team von der Person sein, vermutlich nicht. Das heißt, diese Person B hat fast alles innerhalb von wenigen Sekunden falsch gemacht, was man in der Kommunikation falsch machen kann. Was ist nun der richtige Weg? Nun, der richtige Weg ist relativ simpel. Überlege dir, bevor du etwas sagst, was du sagst und dann stehe auch dazu. Und wenn du mich fragst, wie es mir geht, dann gehe ich davon aus und ich beobachte dich ganz genau, ob du mir wirklich zuhörst oder ob das nur ein Eintritt ist, dass du mir was erzählen willst, was verkaufen willst, dich selbst mitteilen möchtest, von deinen Erfolgen erzählen willst, mir deine Welt überstülpen. Das heißt, wenn du mich fragst, wie es mir geht, dann beobachte ich, was deine Körpersprache macht, ob du wirklich eine Pause machst und bereit bist zuzuhören. Und erst, wenn ich das alles nunverbal gecheckt habe, dann werfe ich dir etwas hin. Aber ich werfe dir noch nicht hin, wie es mir wirklich geht, sondern ich teste dich erstmal und sage, ja, im Grunde genommen ganz gut, gibt ein, zwei Dinge, könnte es besser laufen. Und jetzt bist du eingeladen und du entscheidest jetzt mit deiner Reaktion, ob du mich mir gegenüber als ehrliche Person, als interessierte Person beweist, der ich mich anvertrauen kann, die wirklich in der Wahrheit ist. Wenn du jetzt also das Richtige machst, wenn du sagst, lieber Daniel, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es dir ganz gut, aber es gibt ein, zwei Dinge, die dir nicht so gefallen. Wenn du diese Art von kommunikative Arbeit machst, dann hast du gerade bewiesen, dass du es ehrlich mit mir meinst, dass du dich für mich interessierst. Und jetzt, wenn ich das wahrnehme, dann geht es mir gut. Es fühlt sich gut an, von einem anderen Menschen in der Art und Weise verstanden zu werden. Und diese Paraphrase, so heißt dieses Wort, das ist das Geheimnis, was du gemacht hast. Und wenn du mich paraphrasiert hast, das heißt, du hast wiederholt das gesagt mit deinen eigenen Worten, was ich dir gesagt habe, das führt dazu, dass ich mich dir öffne, dass ich dir noch mehr anvertraue. Und jetzt beginne ich, wie es mir wirklich geht, was meine Probleme sind und was ich ganz gerne ändern möchte und wo ich nicht weitergekommen bin. Und wenn du das auch hörst, dass ich gesagt habe, es gibt hier mit dem Auto noch Probleme, da gibt es noch mit dem Kunden und da Mitarbeiter Probleme. Und wenn du das wiederholst, Daniel, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann gibt es hier mit dem Auto noch Herausforderung, mit dem Kunden gibt es ein, zwei Sachen, die geklärt werden müssen, Mitarbeiter auch. Habe ich dich da so richtig verstanden? Wenn du das wiederholst, also wieder paraphrasierst. Nun, wie fühlt sich so ein Mensch? Wie würde ich mich fühlen? Wie würdest du dich fühlen? Tatsache ist, dass die richtige Kommunikation, die wichtigste Kommunikationsregel bedeutet, wenn du etwas tust und signalisierst, was der andere sagen soll, dass du eine Frage stellst, die sich mitteilen soll? Nun, dann führ den Prozess zu Ende und investiere dich voll in die Kommunikation, indem du das Gesagte dann auch wiederholst. Und dass das Thema bleibt, dass der andere Thema bleibt und dass es nicht einfach zu dir rüber wechselt, wenn du endlich loslegen kannst mit deiner tollen Botschaft, die alle wissen müssen. Du merkst also, dass die wichtigste Kommunikationsregel viel mit Aufmerksamkeit, mit Fokus und mit Selbstbeherrschung zu tun hat. Nicht zu sich selbst zu wechseln, nicht zu seinen eigenen Dingen, die man mitteilen möchte, sondern wenn man den fragt, wie es dem anderen geht und der legt los, dass man dann aufmerksam zuhört. Und das ist dann schließlich auch die Paraphrase, dass das, was der andere sagt, was du lernst, was du wahrnimmst, dass du dich darauf konzentrierst und dass du sicherstellst, dass du es richtig verstanden hast. Denn 80 Prozent der Streitigkeiten, der Konflikte entstehen dadurch, dass man sich falsch verstanden hat, dass man interpretiert hat, dass man schon wusste, was der andere gemeint hat oder gesagt hat oder vielleicht sogar sagen will. Also Gedanken lesen. Das sind alles unprofessionelle Kommunikationstechniken und das führt dazu, dass du deinen Kunden verlierst. Das führt dazu, dass du Mitarbeiter, Kooperationspartner verlierst. Wenn du aber das ausschließt und wiederholst, habe ich richtig verstanden, dass es dir ganz gut geht, dass vielleicht ein, zwei Punkte sind, die besser gehen könnten. Und du hast mir auch gesagt, es handelt sich um dein Auto. Es geht um den Kunden und um Mitarbeiter. Ist das, was du mir gesagt hast, habe ich das so richtig verstanden? Nun, wenn du das auf diese Art und Weise machst, signalisierst du dem anderen echtes Interesse. Du signalisierst Ehrlichkeit und du signalisierst auch Dienstleistungsbereitschaft. Denn das ist anstrengend, zuzuhören, Klappe halten und dann wiederholen und beim anderen bleiben. Und wenn ich dich fragen würde, welcher Mensch wird wahrscheinlich mehr Kunden bekommen? Der Mensch, der Paraphrase als Standardinstrument in seiner Kommunikation eingerichtet hat und egal, wo er hinkommt, sich für andere interessiert und paraphrisiert und sein Gehirn immer voller lädt mit den Problemen und Nöten anderer Menschen. Oder der Mensch, der nur rumgeht und glaubt, tolle Botschaften verteilen zu müssen, über sich selbst spricht und sich profiliert, ohne dabei Lösungen anzubieten. Nun, das wirst du selbst entscheiden, welcher Mensch sympathischer ist, wo die Menschen wieder hinkommen, wo die Menschen sich öffnen, sich anvertrauen, wo die Menschen sich aufgehoben fühlen und wo sie auch vor allen Dingen einen hohen Vertrauensvorschuss schon haben, wo sie sagen, also bei dem kann ich mit dem Auftrag loswerden, der hört zu, der ist zuverlässig. Es liegt also ab heute an dir, eine Entscheidung zu treffen, wie du die wichtigste Kommunikationsregel einsetzt. Bist du ein Sender, der nur ständig funkt, ohne dass es den anderen interessiert? Oder bist du ein Empfänger, der zwar punktuell auch sendet, dass er Interesse hat, aber dann vor allen Dingen zuhört und viel empfängt? Und der positive Nebeneffekt ist natürlich, du erfährst dann über den Laufe der Tage, der Wochen, der Monate, der Jahre, von vielen, wenn nicht sogar von allen Menschen, ihre Wünsche, ihre Sorgen und Nöte. Und wenn du selbstständig bist, an den Markt herantrittst, um Probleme, Sorgen und Nöte zu bedienen, mit Lösungen, nun, wer wird dann auch wirtschaftlicher, erfolgreicher sein? Du siehst also, die Paraphrase hilft nicht nur, dass du sympathischer wirst, dass die Menschen sich dir anvertrauen, dass du beliebter wirst. Nein, es geht auch darum, dass du ganz klar konkret mehr Aufträge bekommst. Ich habe viele Beraterkollegen in meiner Branche, nun, und die zeichnen häufig Folgendes aus, dass sie Dauersender sind, dass sie glauben, Tolles zu wissen und jedem Kunden an die Wand quatschen. Aber das, was der Kunde will, ist sein Problem gelöst haben. Und er möchte Menschen wissen, die das erst mal verstanden haben und die sich für ihn auch interessieren. Und das gilt in deiner Branche, ob es Produktion, Herstellung, Dienstleistungen, Handel ist, genauso. Deine Aufgabe ist, die Probleme der Menschen zu lösen. Und diese Probleme, nun, die findest du am besten, wenn du zuhörst. Wenn du die Klappe hältst, dich für einer interessierst und das lernst, also hinhörst, was der andere sagt, und dich vergewissert, dass du es richtig verstanden hast, durch deine vielen Filter, durch die das Gehörte geht. Und das ist die Paraphrase. Dass du mit deinen eigenen Worten das wiederholst, was der andere dir gerade anzuvertrauen versucht. Profis, nun, die schreiben sich das auf, die merken sich das über viele Jahre bei ihren Kunden und Mitmenschen und Mitarbeitern. Und dazu lade ich dich ein, das auch zu tun. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dass du diese Kommunikationstechniken besser einstudieren lässt, aber auch Feedback bekommst, wo du vielleicht unterbrochen hast, wo du Paraphrasen entweder nicht oder falsch eingesetzt hast. Wenn du das lernen möchtest, dann lade ich dich auch ein zu einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur gute Berater und Trainer bei uns in unserem Team, sondern auch viele gute Coaches und Kommunikationstrainer, die dir helfen können, hier besser zu werden. Denn eins ist klar, wenn diese Grundregel nicht beherrscht wird, kannst du die besten Produkte und Dienstleistungen der Welt haben. Aber wenn sich keiner für dich interessiert und dein Unternehmen und deine Mitarbeiter werden wahrscheinlich dich duplizieren, dich nachmachen, nun, dann nutzt das beste Produkt nicht. Entscheidend ist, dass du anfängst, als Kopf deines Unternehmens richtig zu paraphrasieren. Und ich wünsche dir viel Erfolg dazu. Abonnier gerne unseren Kanal und empfehle uns weiter. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.